Wir sind jetzt natürlich in Stuttgart, im großen, grandiosen Zapata. Ja, Zapata, viele Shows haben wir hier gehabt, viel haben wir gemacht. Letztes Jahr waren wir hier mit Catch-a-Fire, heute, dieses Jahr sind wir hier. Wir haben heute, Daniel habe ich schon gesehen, Torch habe ich gesehen, Tony L habe ich gesehen, Max Herr habe ich gesehen, das andere Stine habe ich gesehen. Und wie ihr für Catch-a-Fire-TV kennt, sind wir natürlich ein spontaner Fernsehsender. Und haben sie natürlich jetzt hier, zum Beispiel unseren Herrn Max Herr. Wir sind auf Catch-a-Fire-TV, hallo, sag mal, big up on Catch-a-Fire. Big up on Catch-a-Fire. Big up on Catch-a-Fire. Big up on the street, hallo, sag mal, big up on the street. Big up on the street. Big up on the street. Stuttgart, bitte! Ich bin Jordan Alani bei Catch-a-Fire, es ist mein erster Besuch hier und eigentlich wollte ich gar nicht kommen, weil ich war wahnsinnig müde von vielen Arbeiten und habe mich dann doch noch durchgeruhen und bereue es überhaupt. Jeder, der zu Catch-a-Fire kommen wird, wird es nicht bereuen. Es ist eine Institution, die sich mittlerweile schon etabliert hat, also Catch-a-Fire auf jeden Fall, nächstes Jahr. Und was immer ihr es irgendwo seht, geht zu Catch-a-Fire, weil das ist wirklich real, true Hip-Hop-Music vom Herzen von Jordan Alani für Catch-a-Fire. Das ist Golden Era Shit, to the fullest. Es gibt nichts, was in Deutschland was ist. Es gibt überhaupt nichts, was so ist. Die sind die besten Aussies, die es je gab in Deutschland auf einer Bühne. Und du bist eine Sängerin natürlich. Ja, natürlich. Das war die Bestes, ich bin auch noch da. Ja, 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 ja. Hey girl, hey girl. Ich hab ja nicht mehr Zeit gelangt. Später, wir singen später auf jeden Fall. Ich hab ja nicht mehr Zeit gelangt. Ich hab ja nicht mehr Zeit gelangt. Ich hab ja nicht mehr Zeit gelangt. Wenn ihr vorhin fällt, Stuttgart. Wenn ihr vorhin fällt, Stuttgart. Wenn ihr vorhin fällt, sie hält so tief und ist sein. Und ihr macht sie, wie wenn ich hier. Die Blasen sind auf, die Blasen sind so gut Und die guten Senkel ist weg Machst du wie Papa, Papa, wachst du's da? Seine Pfarr bleiben Slavien, schenke Pfarrer Die bleiben sein, die Schäfe, wie ne Pfarrt am Oga Und feit bleiben bleiben, kommst du kamen, aber wachst Achst du dich, du solltest du, wie ein Familie fahrt Sein Leben ist nicht wachst, ich bin auf alle Basile Er wollte sein, den siehst du, ich verspannst ein Entschuld Ich bin bei mir heute erst, ich selbst ist hier Und das ist auch für eine neue Ewa Ich bin nicht von der Ewa, ich seh das Ganze bisschen klar Ein Klugscheißer, der takes, ein Schütz, ein Ero, schmink mich Alter, wach auf Plan, jeder zweite liegt nicht Doch ich bin Junge, open-minded, weiße ich Als zweimund Feintrag und breit Reintrag, dann geh mich Die Backstage, weltbekannt ist der Bader-Backstage Wir gehen jetzt mal kurz und checken die mal ab, ok? Kommt schnell Ich frage mich, spiel ab und braun, du uns nicht aus den Namen los, ich weiß sie rin Wo ist er? Er ist der, der Rapper Nummer 1 aus Deutschland Katcha Fire TV, I retire Wo ist das, wo ist das, wo ist das, wo ist das, graß Bo, 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 wo ist das, graß Ja! So sieht's aus, Leute. Genau so sieht's aus. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, Leute, es ist DJ Dynamite aus Hamburg City, und ich bin Representer für mein Mann, Big G, für Catch a Fire. Wir machen, das da, sie verleben's vorbei. Das war's, hier auf die Glas. Wir kommen in die Pfad. Wir wissen, wir sind Schraders und wir sind ein Futter an Pader und Daniel. Ein Schrauerjahr. Ein Schrauerjahr, ein Schrauerjahr, ein Schrauerjahr. Hey, it's yours Leute, Andi Beck und Hoffenheim, Shoutout hier. Heute ein geiler Abend gewesen, Catch of Fire. Peace an die Jungs von Blackstars, haut rein. Strachi 0711 ist ganz der Meinung von Andi Beck. Weltklasse Kapitän von Hoffenheim und 0711 representiert. High-Sandy mehr wie so dann sind wir. Facebook und Rettungszimmern und Gruppenabend. Team Schmidt in Hoffenheim und 0711 ist ganz der Meinung von Starzimmern. Das Hände geht in Starzimmern und Dropsimmern. Gib mir ein Hammer Hammer Haar. Hammer Hammer Haar. Gib mir ein Hammer 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 Haar. Gib mir ein Hammer 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 hoar. Hammer Hammer Hoar. Hammer Hammer Haar. Yeshua Hamah, hamah, hamah! Hamah, hamah! Come on! Schweret das Jaco, Awesome Finland Man! WWE tout! Godhhhhh! Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall super Abend. Schade, dass ihr nicht da waren, Mann. Ich komme aus der Zeit, wo nicht unter dem Steck gehagelt wurde. Und wir sind mehr Gangster als ihr. Und wir sind Schwimmer als ihr. Ich komme aus der Zeit, wo noch Liebe in der Musik war. Wir haben den Neidermann. Catchafire, meine Freunde. Beste Veranstaltung. Forever. Ja, man. Lass mal so einen Big Frank im Haus und so. Catchafire, the one in every which Stuttgart represent. Stuttgart. 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 Benzzaun. Beste Veranstaltung. Ist der frostblogisch. An一 chick? Ziehen die 하�gruppenstatt wegen einem bug 먹고 Wie war es? Hammer!? Sehr viel Spaß gemacht. So denn sie war super. Io mehr Joy war super. Ja, aber sie ist auch schon, muss man schon mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Voll ghetto. Es muss immer so aussehen, als hätte man gerade die Knie angeschlagen oder so. Ganz wichtig, der ist Swagger. Immer wissen, wo die Kamera ist und... Peace, Jungs.